Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute mit einem sehr wichtigen Anliegen gekommen. Und zwar aus folgenden. Guckt euch mal den neuen Champion an. Ja, Rengar. Ja, er hat, na gut, hat hier so eine Klinge am Arm, ein Schwert in der Hand, ein Dolch. Ja, er hat hier solche coolen Dreadlocks und alles. Und ich bin echt den Gedanken nicht losgeworden, dass ich den schon mal irgendwo gesehen hab. Das kam mir einfach so bekannt vor, dieses ganze Aussehen. Und dann bin ich auf Digimon gekommen, ja. Hab mir gedacht, er könnte ja von Digimon sein. Und, äh, ja, hab recherchiert und gegoogelt und gegoogelt. Und, Leute, ich bin tatsächlich zu einem Ergebnis gekommen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie diesen Charakter aus Digimon haben. Aus Digimon. Und als Beweis werde ich euch jetzt das Bild von, ich glaub, er hieß Korikakumon einblenden. Ja, also, wenn das, wenn der nicht das da ist, ne, das Digimon, äh, der, dann weiß ich auch nicht. Und, ja, äh, könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Also, ich bin der festen Überzeugung, äh, ab dem nächsten Patch, wenn der auf dem richtigen Server drauf ist, sag ich nicht mehr League of Legends. Alter, ich sag League of Digimons und werd, äh, die Feinde kaputt digitieren, ne? Bis zum nächsten Mal.